Heute ist der 101. Geburtstag von unserem Vater Bernhard Bodo Harald. Unserem Vater, das sind Günther Ulrich und Manfred Burkhardt-Bernhardt-Garling. Vorhin habe ich Tanja angerufen, damit sie Günther informiert, dass ich heute hier bin und auch für ihn in seinem Namen und für ihn hier ein bisschen was mache. Das erste Mal seit Lähnchens Tod ist das Grab auch nicht so ganz gut gepflegt. Ich habe mir ja nie ein Bein ausgerissen, dass es war, aber immerhin, ab und zu war ich doch hier und habe das Gröbste rausgerissen. Sieht eigentlich aber trotzdem so ganz schön aus. Mit den Blümchen. Die Biene holt sich ein bisschen was. Die kleine Rose da blüht jetzt wahrscheinlich jetzt nur nicht mehr. Vielleicht hat sie eine Blüte gehabt. Das weiß ich nicht. Naja, jetzt wollen wir mal ein bisschen mit der Hacke, Schere und so weiter rangehen. Dann schauen wir mal.